hier ist eine villa ohne limousine ich bin hier gerade hier hinten immer noch hinten jetzt ganz hinten und jetzt wieder vorne das tut weh jetzt bin ich von dem motorrad runter sehr gefährlich sehr gefährlich schnell wieder vor hier bin ich und tschüss da kommt es nicht durch das ist ein bisschen dumm hier flaumen farmen ist hier flaumen farmen nenne ich das oh 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 jetzt liege ich auf dem boden und schnell einsteigen eine aufsteigen heißt es juhu nicht schon wieder auf dem boden ah ah oh martina gefährlich gefährlich zu gefährlich allzu gefährlich was haben wir denn hier sieht gemütlich aus oh oh jetzt liege ich auf dem boden oh oh schnell einsteigen hier einsteigen die kriegen mich nicht mit gta äh 1000 gta dollar juhu wow krass ouch das tat weh einsteigen aufsteigen einsteigen aufsteigen oh oh es macht mir ganz leer oh oh kaputt kaputt muss ich noch alles kaufen oh guck mal wasser das hätte ich gerne wieder ah krieg noch nicht wieder ah fahrzeugszeugklasse ist weg warte mechaniker bringt mich mal zur hauptstraße ist mal sehr schlecht so absteigen ah das tat weh so und jetzt ist er ne erstmal muss ich hier runter so machen wir gleich mal ganz schnell mechaniker machst du dich dir nicht gedanken drum um das motorrad das qualmt schon davon ist es oh ein regina hat mich überfahren ja da vorne ist es doch ich komme doch schon ah diese autofahrer ey das ist voll dumm ey ein kopf die haben nichts im gehirn die haben auch kein gehirn da vorne liegt es da liegt eine tote sau da vorne so wo ist es denn hä wo ist es denn äh sagt noch nicht jetzt geschlagnahmt geschlagnahmt oh muss ich mir wiederholen mechaniker zur zeit gibt es so welche probleme weil er geht hier hab ich ihn doch gerade bestellt hab ich doch gerade bestellt warum ist er wieder zurück ah dumm los auf geht zum mount chilead wer zuerst oben ist ich kann es mir jetzt nicht bestellen oh das ist jetzt dumm zu dumm allzu dumm viel zu dumm ich hasse das ich hab es bestellt und er ist auf einmal wieder weg wie kann sowas denn passieren ne ne achso ich muss ja aufsteigen ah Bakura jetzt ah was bin ich für ein Typ ja Bakura du bist irgendein Nummer der der du bist ne du musst jetzt bei jemandem mitfahren weil der mechaniker kann nicht überall sein ne in der Zeit guck ich mal wie viele Minuten noch ich bin jetzt sehr traurig darüber dass ich nicht Motorrad fahren kann ja du lässt es doch wieder so wegnehmen von denen was ist denn das denn eine Minute eineinhalb Minuten was war das denn das war komisch hier also jetzt lohnt sich dein Motorrad ne krumm Motorrad ja so berg hoch ne Straße hoch berg hoch quer hoch querbeet achso wir müssen da hinten über dem Wasser leider gibt es keine Schiffe die wo man transportieren kann ja wie weit sind die Mechaniker sind die schon da jetzt gehe ich da drauf ja 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 hallo ja ähm ich bin Motorrad in 18 Sekunden fahr da gleich so quer hoch querbeet ja du auch halt 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 Motorrad holen irgendwo hier auf der Hauptstraße hinter uns hinter uns zurück zurück da vorne geradeaus wieder hoch da vorne steht es oh aber Cora jetzt hast du ein Motorrad wieder juhu jetzt kann ich wieder hochfahren boah er freut sich gleich schon wieder kaputt ne aha hoch da oh so geht es schneller ja so geht es wirklich schneller Vorderrad nach oben oh gefährlich oh nur nicht hier runterknallen oh das wird knapp wow wow Straße das prend will du hast du ja bei o